Vielen Dank, lieber Herr Schmidt. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie mich eingeladen haben. Meinem Vorredner vielen Dank, liebe Frau Siebert-Paul, liebe Frau Döcker. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin und ich muss sagen, die AWO, das fühlt sich ein bisschen wie zu Hause an. Und für dieses Zuhause-Gefühl danke ich Ihnen ganz besonders. Es ist eine große Ehre für mich, Ihnen heute unser kleines Projekt SOS Mediterranee vorzustellen. Ich selbst bin bis vor zwei Jahren große Containerschiffe gefahren, habe also weder mit Veranstaltungen wie dieser noch mit der Gründung einer NGO sonderliche Erfahrung. Es ging einfach darum, vor zwei Jahren, als die italienische Seenotoperation Mare Nostrum so plötzlich beendet wurde, irgendetwas zu tun, was nicht einfach nur ein hilfloses Zeichen ist, sozusagen mit einem Schild auf der Straße auf und ab zu gehen und zu sagen, wir müssen diese Menschen retten, sondern ein europäisches, ziviles Rettungsprojekt zu begründen. Nicht nur in Deutschland, sondern über Deutschland hinaus, gemeinsam mit unseren europäischen Freunden etwas auf den Weg zu bringen, was ausreicht, um ein bisschen mehr zu sein als der Tropfen auf dem heißen Stein, wobei das mit dem Tropfen bei dem Mittelmeer als Metapher vielleicht nicht ganz passt. Was also reicht, um auch Menschen tatsächlich zu helfen, auch wenn wir nicht alle Menschen, die dort unterwegs sind, tatsächlich retten können. Sie wissen vielleicht, dass die Operation Mare Nostrum in dem einen Jahr ihres Bestehens 150.000 Menschen aus Seenot gerettet hat, zwischen Libyen und Sizilien. Und deswegen war es so erschütternd, als im November vor zwei Jahren die italienische Regierung beschloss, dieses Seenotrettungsprojekt zu beenden und als die europäischen Regierungen und die europäischen Bürger nicht aufgeschrien haben und gesagt haben, das müssen wir jetzt weitermachen, sondern es war Stille im Lande. Es gab ein paar Erklärungen, aber es ist eigentlich nichts passiert. Das war der Grund, warum wir zuerst ich selbst, mit meiner Frau, dann mit unseren Freunden und dann mit Freunden von Freunden uns zusammengetan haben, über Deutschland hinaus in Frankreich und in Italien und SOS Mediterranee gegründet haben im letzten Mai und dann angefangen haben zu sammeln für ein großes Schiff, 77 Meter, um von Deutschland, war es dann, weil wir es dort gefunden haben, aber dann vom Mittelmeer aus an die Küste von Libyen zu fahren, dort vor Ort zu sein und tatsächlich Menschen zu retten. Ich möchte Ihnen ein paar Bilder zeigen, damit Sie einen Eindruck bekommen, nur wenige Bilder. Ich brauche dafür das Steuergerät. Der Gedanke, eine zivile europäische Organisation zur Rettung Schiffbrüchiger im Mittelmeer. Und das ist das Schiff, was wir im Dezember letzten Jahres chartern konnten und mit dem wir dann im Januar aus Satznitz losgefahren sind und mit dem wir seit Ende Februar im Mittelmeer Menschen retten. Die Aquarius, 77 Meter lang, ein ehemaliges Fischereischutzboot, das viele Jahre lang im Nordatlantik im Einsatz gewesen ist, also ganzjährig auch bei schwerem Wetter gut unterwegs ist und als Rettungsschiff hervorragend geeignet. Ich zeige Ihnen ein paar Bilder. Hier sehen Sie ein Holzboot. Dieses Holzboot hat mehr als 400 Menschen an Bord. Das kann man sich nicht vorstellen, wie viele Menschen auch unter Deck, in Deckhöhen von 60 Zentimetern, dort eingepfercht sind und man weiß bis zum letzten Moment nicht, ob alle leben. Es sind Männer, Frauen, Kinder, Babys, die wir retten. Und alle diese Boote sind, und alle diese Menschen in diesen Booten sind in höchster Lebensgefahr. Von dem Moment an, wo sie die libysche Küste verlassen und wir dürfen sie erst retten ab 12 Meilen. Und 12 Meilen, das sind 20 Kilometer, eine weite Strecke. Einige dieser Boote schaffen es nicht dorthin. Wir haben Verletzte dabei. In Einzelfällen werden sie vom Hubschrauber abgeborgen. Die Krankenschwistern von Mietzern du Monde, die uns in den ersten dreieinhalb Monaten begleitet haben. Seit dem 1. Mai arbeiten wir zusammen mit dem medizinischen Team von Ärzte ohne Grenzen. In diesem Bild sehen Sie etwas von dem Schrecken, den die Menschen in Libyen und auf dem Weg durch die Sahara erlebt haben. Bei der Ankunft vor Lampedusa. Und dann noch fröhlich, weil erst einmal sind die Menschen erleichtert, dass sie leben. Ich will Ihnen noch eine kleine Geschichte vorführen. Vor 14 Tagen sind meine Frau und ich nach Eisenhüttenstadt gefahren und haben dort ein Ehepaar besucht, deren kleiner Sohn Alex vor, ich glaube jetzt, fünfeinhalb Monaten Ende Mai auf der Aquarius zur Welt gekommen ist. Das ist der Vater David, die Mutter Bernadette, der kleine Alex und hier noch einmal. Alex wurde am 23. Mai diesen Jahres auf der Aquarius geboren. Und wir mögen uns nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn dort kein Rettungsschiff gewesen wäre. Ich glaube, ich könnte Ihnen noch viel mehr erzählen. Ich muss jetzt aufhören. Ich danke Ihnen einfach für Ihre Geduld und vor allem danke ich Ihnen für Ihre starke Unterstützung. Als Organisation und jede einzelne ganz persönlich, bleiben Sie uns gewogen, unterstützen Sie SOS Mediterranea zusammen mit AWO International, unserem Partner. Und wie gesagt, es ist ein kleines Projekt, aber vielleicht können auch kleine Projekte etwas Größeres bewirken. Das wünschen wir uns natürlich. Vielen Dank.